Die Fotografie stellt für die Urban Art ein zentrales Präsentations-, Dokumentations- und Archivierungsmedium dar. So ist sie sowohl für deren Verhandlung als auch für deren Erinnerungen und Kunstgeschichtsschreibung systemrelevant. Während heutzutage Millionen an Streetart und Graffiti-Fotos überall im Internet zirkulieren, kommt den frühen Fotos der 1960er, 70er und 80er Jahre kanonischer Status zu. Ihre Urheber sind gefeierte Akteure und konstitutiver Teil der Streetart und Graffiti-Welt. Als einer der einschlägigsten Figuren gilt hier wohl Martha Cooper. Ihr Buch Subway Art, das sie 1984 zusammen mit dem Fotografen Henry Chalfont veröffentlichte, wurde zum Meilenstein der US-amerikanischen Writing Dokumentation und sorgte maßgeblich für eine mediale Verbreitung von Graffiti in Europa und weltweit. Doch auch heute erweisen sich einzelne Urban Art Fotografen als wichtige Dokumentaristen und Gatekeeper, die die Kunst nicht nur fotografisch festhalten und somit verdauern, sondern durch ihre Fotopraktiken auch neue ästhetische Potenziale freilegen. Oder zumindest freilegen können. Auch wenn das Medium Buch noch lange nicht ausgedient hat, greift die Mehrheit jener Fotografen auf digitale Medien zurück. Soziale Netzwerke, Webseiten und Blogs erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein Beispiel für einen solchen Blog ist urbanpresence.net. Dieser führt einzelne Künstlerporträts, dokumentiert Lost Places, berichtet über Ausstellungen und Festivals und präsentiert eine Vielzahl an Street Art und Graffiti Fotos. Einige der dort zu sehenden Arbeiten wurden über Jahre hinweg aufgesucht und erzählen somit ihre ganz eigene Geschichte. Am anschaulichsten wird dies möglicherweise, schaut man sich einmal die Fotos der beiden Blue Murals an, welche an der Kyvri-Brache in Berlin-Kreuzberg und ursprünglich in Zusammenarbeit mit J.R. entstanden sind. Zumindest das Rechte davon. Dieses Mural zeigt zwei maskierte Figuren, die, so eine häufige Interpretation, auf die Versöhnung sowie die Demaskierung von Ost und West anspielen, symbolisiert durch die beiden Handzeichen East Coast und West Coast. Nur unweit entfernt verlief einst die Berliner Mauer. Doch die Brache wurde im September 2014 geräumt, aufgrund eines Brandes, aber auch, weil sie Teil des umstrittenen Investorenprojekts Mediaspray ist. Nur wenige Monate später, im Dezember 2014, konterte der Künstler und ließ sein Mural schwärzen. Als kunstpolitisches Statement und als Antwort auf eine fehlgeschlagene Stadtentwicklungspolitik. Im Juni 2015 regte sich am selben Ort erneut Protest. Dieses Mal von den Berlin-Kitts und Alanis, die das geschwärzte Mural in einer waghalsigen Abseilaktion und mit Teleskopstangen ausgerüstet erneut kommentierten. Um eine solche Entwicklung festzuhalten, ist die fotografische Dokumentation essentiell. Sie kann den Entstehungsprozess einzelner Arbeiten zeigen, aber auch deren Verfall. Und das, was zwischendrin passiert. Wenn einzelne Arbeiten beispielsweise kommentiert oder ergänzt werden, wie das auch der Fall bei Bossu Fatakas Stretchlimo war, welche im Frühling 2013 im Rahmen des Urban Art Clash installiert wurde. Bis diese, zwei Jahre später, bedingt durch Umwelteinflüsse, verwittert bzw. in sich zusammengefallen war. Doch nicht nur stadtpolitische Entwicklungen und natürliche Verwitterungsprozesse lassen sich durch fotografische Dokumentationen festhalten. Manchmal werden auch künstlerische Entwicklungen sichtbar. Malerische Fertigkeiten, technische Skills, motivische Vorlieben und Entwicklungen. So zum Beispiel beim belgischen Künstler Roar. Bevor dieser international bekannt wurde, war er an vielen verlassenen Orten unterwegs, um seinen Malstil zu verfeinern und mit Farbe und Umraum zu experimentieren. Sein Lieblingsort in Belgien war die Malma-Fabrik in Ghent, wo er fast 60 Werke hinterlassen hat. Neben der Dokumentation abgelegene und für die breite Öffentlichkeit unzugänglicher Orte, wie hier zum Beispiel in Marrakesch, oder dem Einfangen außergewöhnlicher Perspektiven, kann die Fotografie auch dafür genutzt werden, gegen stadtpolitische Zensurmaßnahmen anzukämpfen. Zumindest im übertragenen Sinn. Gerade bei polemischeren Arbeiten, wie denen von Bonhomme in Brüssel, liegt der Schritt zur Zensur und dem anschließenden Buffing recht nahe. Oder aber in Ländern, die nicht demokratisch organisiert sind und eingeschränkte künstlerische Freiheit genießen, wie diese Fotos aus Shanghai vermuten lassen. Da die Fotografie in der Verhandlung von Street Art und Graffiti eine derart zentrale Rolle einnimmt, steigt im Umkehrschluss auch die Relevanz aktiver Fotografen. Diese treffen im Zug ihrer Dokumentation stets Entscheidungen. Sie dokumentieren Graffiti und Street Art, aber sie reproduzieren sie auch. Hierbei ist nicht nur die Art und Weise der Dokumentation entscheidend, sondern auch die Motivwahl. Manche Arbeiten werden von Fotografen für dokumentationswürdig erklärt, andere wiederum nicht. Damit setzen sie, zum Teil unbewusst, Qualitative Werturteile. Fotografen prägen das Bild der Straße. Was sie zeigen und auswählen, scheint die relevante Kunst der Stadt zu sein. Von einem der zentralen Fotografen fotografiert zu werden, muss aus Künstlersicht somit auch als indirektes Qualitätsurteil gelesen werden. Im Umkehrschluss liegt in der fotografischen Dokumentation jedoch auch Potenzial begründet, findet beim Fotografieren oftmals eine zusätzliche Sensibilisierung statt. Zum einen für das Werk, zum anderen für seinen Ort. Künstler greifen hierbei gern auf das Know-how und Equipment professioneller Fotografen zurück. Beliebt sind einerseits Fotos, die verschiedene formal-ästhetische Kriterien berücksichtigen. Andererseits erfreuen sich Fotos, die Künstler beim Arbeiten zeigen, zunehmender Beliebtheit. Tagsüber im eigenen Atelier oder aber nachts, on the run. Diesen Fotopraktiken kommt dennoch eine gewisse Exklusivität zu, beruhen sie doch auf einer gegenseitigen Vertrauensbasis. Oftmals überwinden diese Fotos den Status reiner Abbildhaftigkeit und erschaffen neue Bilder. Denn sie zeigen nicht nur Kunst, sondern den Prozess des Kunstmachens. Und, nicht weniger entscheidend, den Künstler selbst. Dennoch gilt festzuhalten, dass sich nicht nur die Künstler weiterentwickeln, sondern auch die Fotografen. Einige von ihnen greifen mittlerweile auf die neuesten technischen Hilfsmittel und Medien zurück, fertigen spektakuläre Videos sowie 360-Grad-, 3D- oder Drohnenaufnahmen an und erweitern somit das Spektrum des Dokumentier- und Archivierbaren. Wie für Graffiti und Street Art symptomatisch, haben wir es somit also, sowohl was die Kunst an sich als auch ihre Dokumentation betrifft, mit einem dynamischen Feld zu tun, das sich, zumindest aus technisch-apparativer Sicht, stets weiterentwickelt und die neuen Medien zunutze macht. Dies ist nicht weiter verwunderlich. Handelt es sich doch gerade bei Street Art um eine Kunstform, die durch die digitalen Medien erst groß geworden und ohne sie gar nicht zu denken wäre. Man darf also gespannt sein, was die kommenden Jahre noch alles bringen werden. Vielen Dank. Vielen Dank.